Heute begeben wir uns auf die imaginäre Koppel von Artbag und schauen uns mal an, was die denn so bei diesem Unicorns-Tail-Whisky so rausgebracht haben. Also, schönen Hand bleiben, liebe Kinders, es geht gleich los. Willkommen bei FrankDemisterZ, ich bin heute wieder auf Eila unterwegs, jetzt habe ich für euch ein Artbag dabei und zwar den Artbag Anthology Teil 2 The Unicorns-Tail, 14 Jahre alter Stoff und diesmal haben wir Madeira-Fässer, beim ersten Mal, beim Harpies-Tail waren es ja Sotern-Fässer, ihr wisst ja, Sotern ist immer schwierig und jetzt gibt es ein Einhorn-Whisky quasi, ob das wirklich ein Einhorn-Whisky ist, das versuchen wir gleich rauszufinden, Buddel sieht auf jeden Fall nicht sehr spektakulär aus, finde ich, dafür der Umkarton umso mehr. Also, dass wir das Ding hier aufkriegen. Ah ja, da geht's auf. Kostenpunkt ist hier, es ist schon wieder abgerissen, es gibt's einfach nicht, ne? Kostenpunkt ist hier 145 Euro UVP, die meisten Händler verkaufen aber für 140 Euro oder 139, irgendwie so um den Dreh. Okay, wir haben 46% und wie gesagt 14 Jahre und Reifung in Ex-Bourbon-Casks und in Madeira-Fässern. So, aber jetzt kommt natürlich wieder die Frage, was haben die sich denn da wieder ausgedacht? Warum ist das so zustande gekommen? Oha, krass. Das ist auf jeden Fall, das blendet hier schon sehr in dem Licht. Okay, also, ihr seht schon hier, hier ist dieses Einhorn drauf und das Einhorn, man sieht's ganz genau, hat gar kein Einhorn, sondern ein Eishorn. Also ein Eishörnchen ist da drauf. Und die sagen dann einfach, also die kurze Story ist, und nein, ich habe kein Trash-Theater diesmal gedreht, auch wenn es sich echt angeboten hat, aber das habe ich mir für andere Abfüllungen aufgehoben. Also, es geht natürlich darum, die hatten irgendeine Feier auf Artbeck, die haben da gefeiert und irgendwann hat dann was gehört und dann sind die halt rausgekommen und dann haben die irgendwie im Mondlicht, im Schatten, keine Ahnung was, ein Einhorn gesehen. So, und dann hat sie aber morgens irgendwie rausgestellt, hm, ja, wir haben ja hier unser Brennerei-Pony und der Eiswagen war auch geplündert und wahrscheinlich hat sich das Pony da von der Brennerei an dem Eishörnchenwagen bedient und sah dann halt im Licht, als alle irgendwie eine in der Karre hatten, ein bisschen aus wie ein Einhorn. So, daraus haben wir jetzt eine Abfüllung gemacht. Wie gesagt, marketingtechnisch sieht das Ding auf jeden Fall richtig geil aus, gerade für Marketing-Opfer hervorragend geeignet, richtig, richtig coole Umverpackung, gefällt mir richtig gut und Preis ist natürlich wieder so eine Sache, ne? Aber gut, muss auch schmecken. Ich habe mir zum Vergleichen, da das Set super gepasst hat, wir hatten nämlich vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, hatten wir ein Madeira-Tasting, also ein Cast Voyager Madeira-Tasting. Wir machen ja bei Cast Voyager, haben wir immer die Ursprungs-Spirituose oder den Ursprungswein, Sherry oder sonst was, probieren wir als allererstes in dem Tasting und danach probieren wir sechs Whiskys, die in diesem Fass oder in diesen Festern gelagert worden sind und versuchen dann rauszufinden, wo der Einfluss von dem Fass noch da ist, ob man das überhaupt rausschmecken kann, etc. und das ist immer sehr spannend und da habe ich hier noch so ein bisschen von dem Madeira über, da rieche ich jetzt gleich einfach mal kurz dran und gucke mal, ob wir da irgendwelche Übereinstimmungen finden. So, aber erstmal, also den Madeira stellen wir erstmal an die Seite. Erstmal haben wir hier den Whisky, ich finde der ist relativ hell, spricht vielleicht auch dafür, dass viel Bourbon-Reifung mit drin ist, aber gut, ich würde sagen, wir halten mal kurz das Näschen rein und dann gucken wir gleich mal im Vergleich mit dem Madeira. Also, los geht's, Kinders! Also, sag mal so, die Arroziation mit dem Eishörnchen kann ich echt verstehen, weil es hat schon so einen leichten, also in der Nase würde ich sagen, riecht's wie Vanilleeis im Hörnchen, das passt schon. Also, jetzt mal abgesehen von den typischen Artbag-Notes, die habe ich hier drin. Er hat eine Anisnote, er hat für mich diese Asia-Buffet-Grill-Banane, der hat für mich einen sehr teerhaltigen Rauch, eine krasse Süße in der Nase, aber ich rieche auch extrem viel Vanille und ich rieche auch so vielleicht Plätzchen, teigig, irgendwie sowas. Deswegen finde ich die Assoziation, zu sagen, wir haben hier ein, also das könnte ein Eishörnchen sein, finde ich, passt schon irgendwie, ne? Oder der vom Artbag-Pony geplünderte Eiswagen. Also, riechen tut der saumäßig lecker, muss man wirklich sagen. Also, das ist genau das, was ich mag. Und es ist wirklich, du hast den Rauch und es bleibt dieser Eishörnchen-Vanille-Geruch der Blatt einfach sehr intensiv. So, ich rieche mal kurz an den Madeira. Das ist ein zehn Jahre alter Madeira, der auch im Fass gereift worden ist. Der hat 19 Prozent. Ich weiß nicht, welche Madeira-Fässer die genommen haben. Ich glaube, das steht nicht mit bei. Nee, haben sie, glaube ich, nicht drauf geschrieben. Kurz hier gucken. Ich habe nichts gesehen. Also, stand nur Madeira drauf. Naja, Madeira-Cast und klassische Artbag-X-Bourbon-Fässer. Also, der Madeira hat halt dieses cremig-süße, dieses, ich finde, der Madeira geht halt für mich immer sehr nah dran, also dieser Madeira, den ich jetzt hier bei mir im Glas habe, geht für mich halt sehr nah dran an auch so eine Sherry-Reifung fast, ne? Weil der hat sehr ähnliche Aromen, aber diese leichte Vanillenote, die habe ich hier drin auch. Aber die kommt halt nicht klassisch von Madeira-Fässern, sondern die Vanillenote habe ich eigentlich klassisch von X-Bourbon-Casks. Wenn du direkt miteinander vergleichst, würdest du sagen, ja, das kommt schon hin, das könnte, das könnte so aus dem Madeira fast sein, ne? Aber wir müssen ja erstmal probieren und beim Probieren probieren wir gleich nochmal den Madeira und dann gucken wir da nochmal, wie es da ist. Also, Kinder, auf euch hier, Sláinte, los geht's. ist eigentlich, vielleicht bin ich auch einfach jetzt komplett eingeschossen auf diese Eishörnchen-Geschichte, aber es schmeckt auch wirklich wie rauchiges Vanilleeis aus dem Hörnchen. Es hat einen leichten Gebäck-Moment, es hat einen krassen Vanillen-Moment, es ist super cremig. Es ist so ganz leicht diese, so eine Balsamico-Essig-Fruchtsäurenote, die da so mit bei ist. Mich erinnert das total an Vanilleeis mit PX drüber. So in die Richtung, aber halt mit einer leichten Säure dabei, was für mich schon wieder für den Madeira spricht. Alkohol ist super eingebunden, muss man wirklich sagen. Also auch jetzt nochmal beim Riechen, du merkst einfach, es ist ein, ich finde die Vanille ist einfach intensiv. Vielleicht unterstützen die Madeira-Fässer halt diesen Vanille-Charakter nochmal so intensiv, dass es dann für einen so, oder dass es dann für einen so vorkommt oder so schmeckt oder so riecht, als wenn das wirklich ein Vanilleeis wäre. Das kann halt gut sein, aber er hat schon wirklich einen sehr cremigen Charakter. Aber ich probiere mal einen Schub von dem Madeira und dann will ich gleich nochmal einen Schub von dem Artback probieren. Ich würde sagen, das passt. Der Madeira ist halt, der ist nicht ganz so irre süß wie jetzt zum Beispiel so ein PX-Sherry oder so ein Cream-Sherry oder so ein Moscatel oder so. Der hat eine leichte Süße, der hat aber auch sehr viel Fruchtsäure. Der hat wie gesagt auch diese Balsamico-Note, die ich auch im Geschmack beim Artback gerade hatte. Also grundsätzlich auch jetzt in Verbindung mit dem Rauch, den ich im Mund da mit dem Madeira. Ich würde sagen, ja, das kommt schon gut hin, dass das so ist. So, aber ich würde sagen, wir nehmen mal einen Schluck vom Artback, ne? Ja, dann Skohl. Das, was mir da wirklich auffällt, ist, dass der Rauch schon sehr hart präsent ist. Also ich finde, das ist ein extrem dreckig-rauchiger Artback. Der hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Rauch. Das ist wirklich so wirklich Holzkohlebrikett auf Teerstraße. Aber dazu Vanille-Eis, dieses Gebäckstück, ob es jetzt ein Hörnchen ist oder ein Keks. Es schmeckt eher wie ein Keks, aber, also so ein Butter-Cookie, ne? Aber in Kombination, wenn du das mit dem Madeira und dem Madeira nochmal probierst, da findest du auf jeden Fall die Assoziation dazu, das passt irgendwie, ne? Du hast dieses Vanille-Eis, wo vielleicht so ein bisschen eine leichte Säure drüber ist, wo du vielleicht so ein bisschen diesen Balsamico drüber gekippt hast oder so. Also die Kombi passt auf jeden Fall schon. Aber ganz ehrlich, da finde ich, das ist mir einfach für 140 Euro echt zu teuer. Weil der ist ja jetzt nicht super komplex. Also klar, ich hab einen Whisky, der nach Eishörnchen schmeckt mit Vanille, ne? Und wo irgendwie noch ein bisschen was drüber ist. Aber so krass special ist das jetzt nicht. Also ich mach folgendes, ich probier jetzt einen Schluck Artback und nimm noch einen Schluck Madeira dazu. Boah, das ist lecker. Okay, also in Kombination damit, es ist wirklich Vanille-Eis mit Sherry drüber, mit Balsamico drüber, eine schöne Süße drüber, ein bisschen Trauben dabei, leicht rosinig, ganz leichte, so eine rauchige Holznote noch dabei. Und der Rauch wird so ein bisschen, ein bisschen runtergebügelt, würde ich sagen, von der Madeira. Aber, also, ich sag mal, schmecken tut der, der macht nichts falsch, der kriegt auf jeden Fall vier Daumen hoch, aber der ist mir einfach für das, was er anbietet, er bietet mir einfach zu wenig an, für das, dass ich sagen würde, ja, den muss man jetzt unbedingt haben für 140 Euro oder für 145 Euro. Dafür finde ich einfach, ist es einfach too much zu teuer. Das macht für mich da nicht so viel Sinn. Also, kann man machen, muss man aber nicht. Ganz ehrlich, Leute, müsst ihr euch einfach selber überlegen. Aber ich bin der Meinung, dass wenn ich schon so einen hochpreisigen Whisky auf den Markt schmeiße, in Trinkstärke, klar, steht 14 Jahre drauf, ist schon mal gut, aber bevor ich, wenn ich so was auf den Markt schmeiße, dann muss das schon so was sein, wo ich sage, ja, that is it. Und ich finde, das ist einfach zu austauschbar, da ist zu, es gibt garantiert Abfüllungen, die ähnlich schmecken oder die man findet, die günstiger sind, die man für einen ähnlichen Preis findet. Es wird nicht immer genau nach Artback schmecken, da werde ich, werden wahrscheinlich welche in den Kommentar schreiben, schmeckt da nicht nach Artback, das ist mir schon klar, aber da muss man einfach auch wollen. Wenn ihr das wollt, dann holt euch die Budel, aber meiner Meinung nach kann man die auch auslassen, die muss man nicht zwingend mitnehmen. Gut, wenn das Ding probiert hat, gerne Feedback in die Kommentare, like da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr Bock auf eine Teilung habt, immer unten drunter die Links checken, da findet ihr immer alles und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn ich hier Whisky voll verkoste. Bis dahin, euer Friend die Mr. Z.